Herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Minecraft Story Mode Season 2. Herzlich Willkommen zu Episode 5, weit darüber hinaus. Der letzte Kampf mit Chessys neuem Gegner trägt die Schlacht zurück nach Beacon Town. Die Ereignisse drohen die Welt unwiderruflich zu verändern. Und genau in dieses Ereignis stürzen wir uns jetzt rein. Und wir kriegen nochmal bestimmt einen ganz kleinen Rückblick nochmal, was die letzte Episode so geschah. Die Ereignisse drohen die Welt. Die Ereignisse drohen das, was du für sie machen. Die Ereignisse drohen dich. Jessi ist ein perfektes Beispiel von was wir nennen, einen schlechten Freund. Die anderen schlechten Freunde sind, in kein bestimmter Ordnung, Fred und Zahra. Die Ereignisse drohen die Ereignisse drohen die Ereignisse drohen. Jetzt bin ich. Ich will nicht für Ingratituden sein. Also habe ich meine Geschenke weggebracht. Oh, aber dann... Dann... Ich dachte, dass ich eine neue Freundin gefunden habe... Gurgh! So eine Verzweiflung. Das ist, wenn ich eine brillante Idee habe. Der perfekte Weg, um die schlechten Freunde aus dem guten Freund. Ich bin Jesse. Ich bin richtig, natürlich. Der Plan funktioniert sofort. Jesse's guten Freunde, die mir gefreutte. Die bessere Jesse! Und jetzt ist der poor Jesse tot, ohne seine Lehre zu lernen. Der schadeste Teil, wirklich, ist, dass... Jesse wird niemals sehen, wie viel besser ich Beacontown gemacht habe. Oh, ja! Du bist nicht so gelöst! Deine Entscheidungen bestimmen den Verlauf dieses Spiels. Die Geschichte hängt davon ab, wie du spielst. Wir erinnern uns zurück. Raider hat sich geopfert. Ich hoffe dennoch, dass es schafft, vor dem Enderman wegzukommen und das Portal zurückzufinden. Das wäre so schade. Das wäre so schade. Ich glaube. Sie hat mich immer noch schade. Sie hat uns schon sehr geholfen. Das Portal, die uns Zeit zu kommen, um hier zu kommen. Ja, ja, ich verstehe was du sagst. Vielleicht ist Zara glücklich zu sein, wo sie jetzt ist. Sie ist nicht gerade nach einem Kampf mit dem Admin. Ich bin froh, dass Freunde von Fred in der Entrance zu dieser... Das Hecht-Mouth. Das ist viel zu gefährlich für sie. Ja. Jesse, als Romeo weiß, was wir versuchen zu tun, wir haben gesehen, was er macht. Ich will nicht wie Fred. Ich will nicht Beacon-Town sein wie Zara. Wir haben so viele terrible Dinge, die Romeo hat getan. Ich kann gar nicht nachdenken, zu denken, dass das passieren zu den anderen. Zu unserem Haus. Ja, Dinge sehen, und vielleicht sind sie. Aber ich glaube, in alle von uns. Look how far we've come. Look at all the impossible we've already done. I know it seems hopeless, but we can't give up now. There are people up there counting on us, and we are not going to let them down, hear me? Yeah, I hear ya. Let's do it. Woo! My that was loud. Hold, hold! Here we go. Teltal Games präsentiert Minecraft Story Mode Season 2 Alter Das war mal Beacon Town Alter Stimm ich dir zu Petra Okay wir müssen auf die Golems natürlich aufpassen Und er ist mit Axel und Olivia Und er sieht uns nicht Ich würde jetzt sagen wir stehen mitten auf offener Straße Komm schon Typical Heading exactly Ich würde sehr vorsichtig sein Ich würde sehr vorsichtig sein wenn ich euch waren Oder es gibt nicht eine Zuhause um zu zurück zu gehen überhaupt nicht Es ist einfach so einfach für etwas schlechtes zu passieren in einer Stadt wie Champion City für Beispiel Und Boop Alter Alter Meine? Nein! Ich weiß, dass es noch eine Chance hat, um zu redeemen Romeo zu sein. Nein, ich bin nicht so sicher. Champion City. Er hat es aufgenommen, um einen Punkt zu machen. Ja, er ist ein Monster, durch und durch. Und er braucht zu werden. Ja, ich... Ich glaube, du bist richtig. Alter. Jetzt geht's mit dem Feuerwerk. Und das Feuerwerk ist bereit für das große Keynote, eh? Ja, Admin. Ah, Jessie. Ah, Jessie. Ah, Jessie. Ja, wir müssen Axel und Olivia holen, bevor wir die Chance haben. Was? Du warst immer so über die Champion City. Und jetzt? Eine andere Sache zu tun? Psst! Olivia! Axel! Oh mein Gott! Ich wusste es! Ich wusste es! Ich wusste es! Ich wusste es! Komm schon! Wow! Hab ich ihn doppelt gesehen? Psst! Jesse. Ich... Was ist... Komm schon, ich will alles erklären. Aber wir müssen uns aus den Straßen gehen. Gehen wir uns in die Map-Shop. Quick! Weil er auch überhaupt gar nichts mitkriegt. Natürlich! Der hat alles mitgekriegt. Der weiß ganz genau, was hier vor sich geht. Der wird uns gleich überraschen. Ich weiß das schon. Ich weiß nicht, was zu sagen. Admin? Eine Welt unter dem... ...Bedrock? Ja. Ich denke immer, du hast diesen Teil gemacht. Ich meine... Ich bin glücklich, dass Jessie dort nicht der echte Sie, aber... Ich denke... Aber niemand weiß das. Wie wenn jeder in Beacontown auf dich dreht? Ich meine... Mit dem, was einfach draußen passiert? Axel und ich habe fast gemacht. Und wir sind deine größten Freunde. Ich meine, wenn wir nicht sagen können... Genau. Schau, der Admin ist gut. Aber er ist nicht gut genug, um alle zu verraten. Right? Das ist eine ziemlich gute, Jessie. Ich meine... Ich meine... Eine völlig evil Version, aber... Ja. Aber... Du hast gesagt, dass es einen Weg gibt, diesen Mann zu stoppen. Right? Ja. Irgendwie muss es ja wohl gehen. Ich stimme dir voll und ganz zu. Ich stimme dir voll und ganz zu. Niemand hat das verdient. Ich bin so glücklich, dass ihr euch gut seid. Hat Jesse dir noch über die... 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 Wat? Das ist sicherlich, dass du hier drücken kannst. Was? Ja, es hat sich immer noch gesätzt. Ohne! Das war... ...warte, bevor die Admin's goons waren, war überall. Sie da sind… Er hat das drei Mal verratiert. Er macht sich mal ein Mal. Wer hat das gemacht, könnte er wieder zurück. Comh.. Wenn ihr euch das macht, dann werde ich aufhören. Ich bin überrascht, dass niemand die nehmen wollte. Schade, dass sie uns nicht helfen können. Bist du da okay, Jack? Ah, gut, ich glaube. Ich fühle mich einfach ein bisschen verabschiedet, wenn jemand hier rauskommt. Sie schraubt den Ort. Sie bezügliche Artefakte und die Mementos weg. Alles verabschiedet. Ich weiß nicht, ob es die Admin, die Looters, was... Ich versuchte, Jack, wir werden alles zurückbekommen, wenn wir die Admin verabschieden. Ja, du bist richtig. Ich bin wahrscheinlich nur fixiert auf das, um mich zu verabschieden. Ja, was ist der Okay-Time? Wir werden immer weiter schauen. Es könnte noch etwas benötig sein. Danke, Jesse. Ich empfehle es. Wir kriegen das hin. Kann man mit Nurm auch noch reden? Jawoll. Hey, Nurm. Ähm. Geht ihr okay? Ah. 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 Und ich würde Raider und Luna gerne wieder sehen. So. Hallo Binta. Bücherregale. Gucken wir mal. Hier zuerst. Ich glaube nicht, wir werden unseren Weg nach der Tower lesen können. Hey Binta. Äh. 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 Ich schaue an die Schrauben von einigen von den Pläten, wo Jack war. Vielleicht werde ich sie irgendwann mal sehen. Wenn wir den Romeo gegen den. Wir werden. Wir werden. Lass mich wissen, ob ihr etwas sinnvoll findet. Natürlich. Dankeschön Binta. So. Petra. Mit der reden wir gleich noch. Erst schauen wir uns nochmal um, was immer hier so fein ist. Erstmal. Nicht wirklich viel. Axel und Olivia. Da haben wir noch nichts Ruhe. Schade. So. Also bevor wir an den Hebel ziehen. Oh, Papagei ansehen. Das machen wir auf jeden Fall zuerst. Hallo. Wow. Ich hatte Angst, dass alle die Eltern die Beacon Town verlassen haben. Oh, Archie? Nein. Er wird nie weg. Oh. Ist er dein? Ich habe ihn für einen Freund. Lass uns das einfach an. Ja. Ist okay. Okay. Dann schauen wir doch nochmal ganz kurz zu Petra und reden mit dir. Und dann schauen wir bei Axel und Olivia vorbei. Ich weiß, Petra. Das war grauenvoll, was er gemacht hat. Aber wir werden ihn dafür büßen lassen. Ich weiß, Petra. Das war grauenvoll, was er gemacht hat. Aber wir werden ihn dafür büßen lassen. Das verspreche ich dir. Und jetzt gucken wir mal erstmal zu den beiden. Bis zum nächsten Mal.